So, hallo und herzlich willkommen. Escape from Tarkov Factory. Wir müssen geblendet Gegner töten. Ich habe ein paar Bluffs dabei. Ich werde natürlich versuchen, dass wir uns selber fliegen. Wo bin ich? Ich habe mir schon geblendet. Da war ich nicht geblendet. Ja man, nice. Das ist die Schmerzen. Was ist denn da? Kann man noch ein Geht mehr? War da nicht gerade ein Spieler, der auf den geschossen wird? Ich habe sie so aus bei mir fest. Okay, das hört so hoch. Ich hab sie so aus bei mir fest. Ich kann hoffen, wo das da hinten einer drin ist Aber ich bin richtig geblendet Solange ich auf der Tür lasche bin Ich weiß nicht, ob das jetzt alles anzeigt Scheiße, ich bin mal gazzillig Oha, oha, oha In einem Run Scheiße, ich bin mal gazzillig Oh nein Oh, was macht Schmerz wieder? Hau, lecker ab Okay, das war jetzt wunderbar 30 Schüsse haben wir jetzt noch nicht geladen, aber wir kommen nicht raus Hau, den wir jetzt nicht rauskommen Nutz ja nicht mehr als der Camper ist Cape Camper Nice, nice Runde Hau, ich hätte nie gedacht, dass wir das in einer Runde schaffen Puh, wie lange habt ihr gebraucht? Was war eure Meinung zu den Quests? Ich finde ja, ja Durchwachsen Jo, war eine gute Runde Wir haben Glück gehabt Ich glaube, wenn man sowas in einer Runde durchkriegt Ist es halt auch hauptsächlich Glück Könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben Schaut auch auf dem Stream vorbei Twitch.tv Hangemao live Und jo, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag Und vielen Dank fürs Einschalten Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal